Ja, hier ist Heinrich Bloch, nicht? Und ich bin hier mitten in Hannover und habe wieder was entdeckt. Das ist so großartig. Von außen sieht das ganz normal aus wie ein Dixi-Klo, aber das hat eine Künstlerin, und zwar die Sina, aus Hannover gemacht. Und das gucken wir uns mal an. Guck mal mit, kommt mal mit. Guck dir das mal an. Guck mal, ist das nicht schön hier? Ist das nicht schön hier? Alles schön in rot gehalten, nicht? Und super toll. Das ist wie bei der Bahn, verlassen Sie die Toilette, verlassen Sie die Toilette so, wie Sie sie vorfinden möchten, nicht? Und die Sina hat das dann mal so gemacht, nicht? Hat gesagt, das mach ich mal. Guck es dir ruhig an, geh mal ein bisschen näher ran, nicht? Ja, bin ich jetzt drin, nicht? Mitten drin, statt nur dabei. Ist auch mal schön hier. Und ich muss sagen, das ist total klasse. So, jetzt muss ich aber auch mal was Geschäftliches erledigen, nicht? Ja, dann tschüss. Oh!